Part Nummer 38. Leider im letzten Part die bittere Niederlage gegen Chelsea. Die hatten zwar mehr Schüsse aufs Tor, aber ich finde es trotzdem noch, das war nicht nötig gewesen, aber wir haben halt vorne nichts gerissen. Und ja, gilt es daraus zu leeren. Jetzt ist die Gruppe hier richtig eng. Da kann es noch in alle Richtungen gehen. So schnell dreht sich das Blatt hier im Spiel, Freunde. Da ist ein hartes Geschäft. Hector Moreno, der bald in die Grammar League wechselt, dreht scheinbar noch mal richtig auf, leider. Ja, das wird nicht so einfach, du. Das wird nicht so einfach, sag ich euch. So, Fanartikelverkauf. Können wir auch nicht ausbauen, wenn wir nur 300.000 haben. Darum gönnen wir uns den Spaß hier und bauen den Flaggenmast, der nix bringt, aber immerhin haben wir da eine Flagge aufgehangen. Der ist ja schon mal, der ist ja schon im letzten Traum. So. Noch nicht mal Winterpause und wir können schon nix mehr bauen. Traumhaft. So, jetzt haben wir aber schon mal immerhin hier mehr Leute, die wir einsetzen können. Junius kommt erst mal zurück in die zweite Mannschaft. Der Vincent Sanchez ist immer noch in Formtief, genau wie Origi. Wie sieht es bei ihm als Stürmer aus? Mit 72 hätte er da. Poyampalo, den probieren wir auch mal ausbauen. Adrian kommt ins Tor. Oh, Nana ist ja nicht im Vorbehalt. Hm, Shabi Alonso. Kommt rein. Gefällt mir aber einfach nicht. Mach mal so. Scheiße. Scheiße. So, was ist das? Die müssen wir eigentlich mitnehmen. Komm, lassen wir es gerade so. Ich weiß doch auch nicht. Mann, Mann, Mann. Was hat der als Torriecher? Eine 81. Vielleicht nehme ich den als Stürmer mit. Hat ja schon gut an Wert verloren, leider. So, die erste kleinere Krise hier zu überwinden. Sterling, den wollte ich doch schon ein paar Mal haben. Jetzt haben wir den endlich als realistisch. Kanon, kann man nicht sprechen. Man kann mit denen allen nicht reden. Wenn ihr aber auch nicht gut trainiert, wie wollt ihr irgendwann gut spielen? Ich rast das einfach nicht. Was geht ihr denn in eurem Kopf vor? Seid ihr echt so unerfahren? Kann man nicht sagen, weil die alten, die wurden ja fast noch schlimmer. Die trainieren genauso kacke. Mann, 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 Mann. Jetzt sind wir hier natürlich dicke Minus. Mit der Teamchemie, aber was will ich machen? Wenn die sich nicht den Arsch im Training aufreißen, kann ich mich nicht ändern. Keiner trainiert ansteckend. Mann, 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 Mann. Naja, die gibt es alle zweimal. Interessant. Nicht so berauschend, Freunde. Itter braucht einen neuen Trainingspartner. Er hat wenigstens jetzt mal eine vernünftige Stärke angenommen. Und gegen hat jemanden in Quasen. Er kann, glaube ich, auch noch ein bisschen defensiv mit dir mithalten. Und du kannst ja auch außen verteidigen. Das ist fast da noch am ehesten. Justin Cloy wird leider keinen Mentor mehr. Viele Verletzte auch in der A-Jugend. Das ist doch scheiße. So, heute müssen wieder drei Punkte herkommen. Was wolle, ey. So, drei Punkte müssen es sein gegen Herakles Al-Melo. Per Sofortberechnung natürlich nur. Jeden Zentimeter umgraben. Stürmer nochmal den Rücken stärken. Den Solanki. Der trifft auch direkt, ehe Yaya Toure das Eigentor macht. Da ist ja wirklich traumhaft heute, wie das funktioniert. Solanki trifft zum zweiten Mal. Wir haben noch starke Stürmer. Ich habe es ja vor dem Spiel gesagt. Robben und Tielemann ist erhöht zum 3 und 4 zu 1. Damit ließ sich das Gott sei Dank entspannt. Uns gelingte die direkte Rache in der Liga für das Chelsea-Spiel. Die richtige Reaktion. So, Luke Shaw bekommt so mal eine Pause. Rashid-Ska würde ich auch gerne sehen. Aber, ja, Asensio ist gerade erst reingekommen. Dann geben wir Solanki direkt die Pause. Wir schicken den liebsten Manokou nochmal rein. So den Spielplatz zu sammeln. Der kann aber nicht viel zeigen scheinbar. Note mit 3,0 aber in Ordnung. So, Xabi Alonso ist eine gute Verstärkung. Robben, Asensio, Isco, die alle nicht so teuer waren, wie sie normal sein könnten. Also hier erwartet man Preise bei 30 Millionen bei allen dreien. Auch bei Luke Shaw. Aber wir konnten die einigermaßen gucken. Von daher bin ich ganz zufrieden, wie sie sich entwickeln. Haben wir alle relativ kostengünstig bekommen, muss ich mal sagen. Das ist nur in Ordnung. So. Habe ich jetzt den Nachbericht nicht gemacht? Ach, Mann, ey. Ich bin so unkonzentriert. Das gibt es gar nicht. Sorry. So, das werden wir aber auch einen neuen Jugendspieler. Ein Torwart. Geht dein Name. Was ist denn los mit mir, Mann? Hallo, konzentrieren. So, wahrscheinlich kann ich die Aufnahme-Session heute nicht mehr zu lange machen, wenn ich hier so unkonzentriert durch die Dänen kampe. Ach, Mann, was mache ich denn da auch gerade? Das ist so unkonzentriert. So Grafakis braucht auch einen neuen Mentor, haben aber keinen der so beweglich ist. Als nächstes dann gegen Vitesse Arnholm, die uns auch lange auf der Spur waren. Eieieiei. Mal einen kleinen Snack zum Konzentration wieder sammeln. Oh, Leo! 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 Hmm. Den Sterling kriegen wir einfach nicht, er ist unfassbar. So Lunky, bleibt erstmal in der Stadt, der ist. Huch, was haben wir jetzt gemacht? Isco in der Stadt Elf, jawoll. Mmm, yum, yum. Doni van de Beek. Und der Vincent Sanchez. Yaya Toure. Xabi Alonso ist ja beim Formen hoch. Mmm, Innenverteidiger. Conan. So, haben wir damit alles aufgestellt? Ist besser, wenn ich sie doch alle in der ersten Mannschaft lasse. Haben wir zwar viele Spieler, aber scheiß drauf. So. CD verkaufen wir, Jojo entwickeln wir. Hier haben wir ein bisschen was zu tun. Und den Boltplatz noch stiften. Dann Conan. Adrian. Adrian, der endlich gut trainiert. Xabi Alonso, super letztes Spiel. Isco Dolberg verletzt. Solanki, super letztes Spiel. Epe Shiyu, kann man sich so sagen. Wie geht's dir denn, Junge? Yaya Toure, wie geht's dir, Family? Tommel, Unana hat auch gut trainiert. Er will wirklich in die erste Elf zurück. So muss das sein. Offener Kampf am Tor. So. So. Rissi Total interessiert mich nicht. Stirling Kriegner nicht. 66. Und Raffian erreicht auch nicht so viel. Kriegt dann hier noch die 86. Und dann hoffen wir mal auf die nächsten drei Punkte. Gegen die Tessel. Die auch nahezu kaum verändert sind. Aber Raschitska wiegt natürlich schwer. Den konnten sie bis heute nicht mehr machen. wirklich ersetzen. Aber die Eingespieltheit macht oft was weg. Und hoffen wir, dass wir dagegen halten können. Wir verlieren heute nicht. So. Xabi Alonso ist gut drauf und schießt jetzt mal 1 zu 0. War doch gut, dass wir den geholt haben, oder nicht? So. Zack, zack, zack. Und hier und zack. Hier ein bisschen kneden bei den Leuten. Klaasen, Zizek. Kenny Tete, Sinkraven. Buchschon auf rechts. Und Redewald, Kanon. So. Solanki darf durchspielen. Hoffen wir mal, ob er jetzt was zeigen kann. Und Raschitska konnte ich gegen seinen Ex-Verein leider nicht bringen. Ich hätte ihn gerne eingewechselt, aber es gab es nicht her. Knapper 1 zu 0 Sieg. Aber es ist mir auch erstmal vollkommen egal. Hauptsache wir gewinnen weiter. Eindhoven 4 zu 0 Sieg. Kroningen, die uns auf der Ferse waren, haben 2 zu 2 gespielt. Und, äh... Fejanoth hat 1 zu 0 verloren gegen Ado Den Haag. Damit haben wir vier Punkte vor Eindhoven. Gegen die müssen wir glaube ich leider noch spielen. Da Vincent Sanchez in der Elf des Tages. Und dann kommt auch schon das Rückspiel gegen Chelsea. Da bin ich jetzt eigentlich noch nicht für bereit. Deswegen werde ich das jetzt nur per Sofortberechnung machen. Müsste entschuldigen, aber... Ich bin gerade nicht auf der Höhe hier. Muss doch glaube ich gleich erstmal schön Mittagessen machen. Irgendwo fehlen mir ein paar Energie-Points. Dabei nehme ich noch gar nicht so lange auf. Aber ich habe auch lange nicht mehr wirklich aufgenommen. Weil ich so viel im Voraus produziert habe. Vielleicht muss ich jetzt wieder in den Rhythmus reinkommen. Wie das mit den langen Aufnahmen so ist. Wir sind nur auf Platz 2 der ewigen Tabelle in der Niederlande. Glenn Johnson geht auch zur Frankfurt. Holen sich den zweiten ablösefreien Spieler. So, hier können wir nichts mehr machen. Leider Gottes. Wir könnten zwar ein neues Budget beantragen, aber... Wieso sollten wir dies tun? So, der Spieler ist ein Monat. Es ist keiner von uns dabei. Und dann geht es gegen Chelsea im Rülkspiel. Ja, ja, ja... So, die Niederlande steht natürlich international in der 5 Jahreswertung nicht so gut da. Gewinnt ja auch kaum einer international was. Die Vergabe der internationalen Spiele gehen nach Manchester und Milan. Ich sage ja, es geht meistens an die großen Vereine. Da können wir nicht so mitreden. So, und das wird jetzt schon ein vorentscheidendes Spiel leider. Huch! Na komm, wechsel schon den Monat. Junge, Junge, Junge. Wir sind schon im Dezember, ne? Krass. Ne, November. Wollte schon sagen. Weil er oben noch November angezeigt hat, dachte ich, das wär... Von dort. Jetzt spielt auf jeden Fall wieder Onana. Der ist ja eh entkommen. Obwohl, Drommel hat Formhoch. Dann können wir den Plan schon mal wieder verwerfen. Dann die Van de Beek. Die müssen wir gleich auch irgendwie einbauen. Und Kanon. So, er ist in Formhoch, aber nicht spielberechtigt. Ansonsten steht die Aufstellung, würde ich mal vorsichtig verhaufen. Und sonst müssen wir nichts verbessern. Die Aufstellung steht. So. Und dann hier zack, 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 zack. So. Vereinsmuseum erwirtschaftet Gewinn. Das ist gut. Jetzt gucken wir uns Tracy nochmal an, aber da dürfte sich nicht viel verändert haben. Hoffen wir mal, dass wir per Sofortberechnung ein bisschen mehr Glück haben. So, Lanke ist auch nicht mehr in Formhoch. Das heißt, Origi kommt noch rein. Hätte ich beinahe vergessen. So. Sofortberechnung. Heute wird kein Zweikampf auf den Weg gegangen. Das muss man gegen solche Spitzenteams sagen. Da muss man einfach über die Zweikampfführung kommen. Aber William schon mit der frühen Führung für Chelsea in London scheinbar nix zu holen für die Holländer hier. Aber es ist nur ein 1 zu 0. Vielleicht können wir da mit Glück noch ein bisschen was werkeln. Im Tor auf jeden Fall Drommel mit einer guten Leistung. Der Vincent Sanchez gut unterwegs. Tete gut unterwegs. Kanon ist auch in Ordnung. Und Origi müssen wir noch ein bisschen mehr rauskitzeln. So. Dann 4,5 Robben geht natürlich gar nicht. 5,5 Van Beek ist unterirdisch. Und dann die Frage wechseln wir. Sind Graven Touré oder Asensio? Touré ist sehr erfahren. Deswegen würde ich sagen Luc Jean. Vielleicht hat er als Manchester Spieler nochmal. Oh David Lewis gelb-rot. Ein Innenverteiler. Die haben noch nicht gewechselt. Aber wird hier nicht simuliert, dass da Lücken sind. Stattdessen spielen wir auch 10 gegen 10. Okay. Da werde ich immer jemand verletzt. 1 zu 0 leider verloren. Damit sieht es in der Gruppe für uns jetzt sehr sehr duster aus. Müssen die nächsten beiden Spiele schon fast gewinnen. Das ist doch ne verdammte Todesgruppe ey. Mann. Wir kriegen einfach vorne keine Tore. Dolberg wir brauchen dich. Komm zurück please. Das Spiel gegen Fenlo nehme ich noch mit in diesen Part. Und dann wechseln wir den Part. Dann dürfte ich für diesen Monat fast durch sein. Dann sind wir sogar schon bald bei Halloween. in der übernächsten Folge. Das ist ja auch schon krass ne. Das ist ja auch schon krass ne. Ein über Tillemanns. Tillemanns kommt wieder hier hin. Trommel sich weit so ein bisschen in Form hoch. Aber wir haben auch einen anderen Keeper in Form hoch. Deswegen bleibt das dabei. Riedewald kommt für Kanon. Der verletzt ist. Dafür kommt von Brutboxy. 70 Tage noch verletzt. Der Dolberg. Isco ist dafür bald wieder zurück. Ja sonst können wir hier eigentlich auch nichts machen ne. Wir müssen jetzt einfach wieder treffen. Das klingt immer so einfach. Aber ihr seht nicht. Hier haben wir wieder viel zu tun. Zack und zack. Und Marktwerte haben wir schon gemacht. Spielergespräch. Da können wir nix. 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 Und da können wir nix. Aber es spinnt auch irgendwie. Ist nicht verpackt. Mit so einem langzeitverletzten Spieler kann man eigentlich nicht sprechen. So. Viele die gut trainieren und trotzdem geht unsere Teamchemie nach unten. Das ist auch was was ich nie verstehen werde. Diese Logik hier ist manchmal so dumm. Man sieht hier die kleinen Trommel. Und Lana trainiert schon wieder gut. Also Torhüter haben wir wirklich genug. Gute. Gute Leute. Keder. Keder, man. Santenboxel, Wendte erreicht sein Kriegungsziel, auch ein Stürmer. 65 habe ich hier oben schon gesehen. Kann sich Dolberg um dich kümmern. SemArts hat nachgelassen und ist einfach zu schwach für diese Welt. Das muss man einfach mal so sagen, die Jugenspieler aus der Niederlande, die sind einfach zu schwach. Das wird nicht hinhauen. Auch wenn wir die jetzt ein Jahr lang gut trainieren, das haut nie hin. David Itter brauchen 9. Geben wir dir halt Origi, passt bei Positionsmäßig nicht. Aber Hauptsache du wirst noch ein bisschen weiter trainiert, gecoacht. Da passt gar keiner. So, dann geht's auf ins Spiel. Das wollten wir ja noch mitnehmen. Kennen wir wieder gar keinen. Ich glaube, da spielen unsere ganze Jugendspieler, die jetzt aber nicht gegen uns spielen dürfen. Gebt euer Bestes, wie immer. Durch ein Eigentor auch die Führung. Origi trifft endlich mal. Sogar zweifach. Das ist doch wunderbar. Flasen zum 4 zu 0. Damit kann ich wieder ein bisschen rotieren. Ein paar zur Spielpraxis verhelfen. Das ist sehr schön. Gut Job, Boys. Und zwar Spielpraxis von Boxel. Spielpraxis Raschitska. Und Spielpraxis Zicek. Obwohl der keine Spielpraxis braucht. Aber da wollen wir die gute Form vom Glasen konservieren. Und hier haben wir den nächsten Verletzten. Das ist doch nicht so normal. Wie viele Verletzte wir hier immer haben. 5 zu 0. Wie viele Mann auch noch verletzt. Ja, leckt mich doch fett. Leckt mich doch fett. Wie viel Verletzungspech habe ich diese Saison. Oregi nochmal. Zwei Mann Unterzahlung. Wir treffen trotzdem noch. Wenn Origi jetzt nicht in der Elf des Tages steht, weiß ich auch nicht. Wie Tessi gewinnt 2-1. Ähm. Fejernot gewinnt 2-1. Eikmar gewinnt 2-0. Und Eindhoven spielt gegen Kroningen. 0 zu 0. In der Elf des Tages. Divock Origi. Klasen. Tielemans. Touri. Drei von uns. Tielemans und Klasen. Schon sehr sehr oft in der Elf des Tages gewesen. Das ist wunderbar. Origi wird sogar Spieler des Spieltags. Das ist immer schöner. Ist aber noch weit hinter dem, was er stärkemäßig auch kann. Unser Vorsprung ist schon gut angewachsen wieder. Nach der einen Pleite hat man da ja mal kurz die Angst. Das könnte jetzt hier bergab gehen. Aber so ist es nicht. Wir haben uns direkt danach gefangen. Und in der Champions League. Das ist halt eine harte Gruppe. Das muss man halt auch mal so sehen. Klar wäre es schön, wenn wir da weiter kommen. Aber wenn wir in die Europa League abrutschen. Dann ist das halt auch das, was Ajax in echt regelmäßig blüht. Und besser da in der Europa League abrutschen. Und dann weiter kommen. Als erst noch weiter kommen in der Champions League. Und dann im Achtelfinale direkt raus fliegen gegen den Kracher. Und das war es dann. Und in der Europa League könnten wir vielleicht bis ins Halbfinale kommen. Oder so. Jetzt haben wir hier wieder so eine ekelhafte Länderspielpause. Das heißt der Part, der zieht sich wieder enorm lang. Mann, 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 Mann. Ich hatte diese Länderspielpausen. In echt wie auch hier. Sinnbeschreit. So, da können wir auch nichts machen. Realistisch gesehen muss man sagen. Keine Chance aktuell. Da Winston Sanchez durch die Nationalmannschaft neue Erfahrungsstufe erlangt. Wird dadurch in der Führungsqualität besser. Das ist sehr schön. Die wollen Xabi Alonso haben. Aber da sage ich und gebe ich nicht her. Die Idee habe ich jetzt selber dran gefallen gefunden. Und damit machen wir ja eh keinen Transfer gewinnen. Von daher kann er schön bei uns bleiben. So, wo haben wir denn hier den da Winston Sanchez noch eine 3. Naja, das sieht ja so. So, so, so. Kinomans war ein wichtiger Transfer als stärkster Spieler bei uns. Da, 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 da. Atenzio hatte Datingstile erreicht. Bis hier auf eine 81. Robben verbessert seinen Abschluss. So, 96 Länderspiele für Robben. Torriecher 82. Nils Stentere hat seinen Trainingsfiel erreicht. Jetzt kommt die. Ist er wieder fit. Darf er wieder spielen oder eher wahnsinn? Hier sind wir 61. Hier sind wir 62. Und so. Er scheint wieder fit zu sein. Kann ich sein? Hier steht nichts drin, dass er lebt sie. und machen so wir reichen die beiden draußen 65 65 aber erstmal ein bisschen hier so hey Marketingkampagnen, die können wir noch machen, das geht ein bisschen vom Bargeld ab, da haben wir noch Geld. Spielegespräche, das gestaltet sich ja immer schwierig. Spielegespräche, das ist ein Molo, Lernpalo, die kommen wir noch nicht. Adria, die Regie hätte ich gern genutzt für das gute Spiel, aber können wir noch nicht. Trommel trainiert Sensation. Von Beek trainiert gut. Von Beek trainiert gut. Die Torhüter hätten wir nur mehr Leute wie die Torhüter. Weiße, die sich voll reinhängen. Mann, 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 wo würden wir da noch stehen, Freunde? So, was mich überrascht, aufgrund der Niederlage und der Niederlagen auch in der Champions League, ging es hier nicht nach unten, was Vertrauen des Präsidiums angeht. Das verwundert mich doch schon ein bisschen, so verrückt wie die teilweise waren. Stadionkapazität von 3000, die haben in der Liga nichts verloren, er ist eine Schande. Aber wäre auch geil, mal so einen Verein zu trainieren und dann das Stadion so auf 40.000 oder so aufzubauen. So mehr als für 10.000, das wäre schon richtig geil. Das wäre mal eine Herausforderung. Aber wir sind ja noch in der Herausforderung, erstmal Ajax wieder an die Spitze Europas zu führen. Das wird noch ein paar Jährchen dauern, also die Saison schaffen wir das auf keinen Fall. Aber erstmal an die Spitze von der Niederlande zu kommen, das schaffen wir scheinbar. So, mit viel qualifiziert, lalala, ist alles schön und gut. Die Kolumne hat nicht drauf gewonnen, das freue mich auch. Die Sitschick aber leider erkrankt. Ich hoffe mal, hast dir keinen ansteckt. Die Sitschick aber nicht auf jeden Fall. So, unser Lieblingsgebner von Boxen ist stark unterwegs. Jetzt geben wir Redewald die Pause. Keine Ahnung, wir müssen noch warten, Isco ist wieder zurück. Aber Rashid ist jetzt auch nicht so viel stärker. Hmmmm, warum ist denn Isco auf andere Stoff geworden? Oh nein, er kann schon wieder nicht spielen. Ich würde sagen, wir brauchen IUNIS nicht mehr. Das ist einfach einer zu viel. Aber ich wollte doch gar nicht das machen. Ach man, egal. Habe ich jetzt aus Versehen einmal gemacht. Taichung? Weiß ich nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Auch wenn wir damit nicht reich werden. Und eher Google voll installiert. Aber wir müssen hier ein bisschen klar Schiff machen. Hat auch keiner Interesse an ihm aktuell. Ebeschilio ist jetzt Konnen für Ablösesfrei. Versauert bei uns quasi nur auf der Bank. Und so erhöhte die Einzelplatzschonken für Donny Sanderbeck. Deswegen würde ich sagen, Ebeschilio, danke. Aber es war ein kurzes Vergnügen. Ähm, Rashidska würde ich gerne noch behalten. Kanon auch. Ist zu wissen Manolo. Kam ja erst relativ spät. Und Projan-Kalolo kam noch später. Da warten wir erstmal noch ab. Ansonsten auf der Bank hier bin ich erstmal zufrieden mit denen, die wir haben. Nur dass wir hier ein bisschen klar Schiff machen. So. Holzblattstück in uns. Was wir hier noch mal schauen können. Ich hab noch einen Konto. Wie geht es dir denn? Die Konto. Wie gesagt, da packt das so ein bisschen. Es dürfte eigentlich keine Gesprächsoption für Konto sein. Isto, wie geht es dir denn? So. Wie gesagt, da packt das schon ein bisschen. ok die 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 Sind wir bald... Maaan! Tiedelmanns Von Weg von Unboxen Verkunftskneis nun mal Ja, der Trendverein ist groß Interesse, was tun wir denn das machen? Hier kriegen wir das Geld einigermaßen, dann gucken wir grad mal Ähm... Neugestattet hat sich die Stadt auch wieder neu starten Nach starken Spielern auf allen Positionen, deren Verpflege bald auslaufen So, da hätte man nämlich Techni Ah, den würd ich gern, wenn dann auch Ablöse frei holen Ochoa, der hat doch schon mal in der Niederlande gespielt, oder? Ich glaub nicht, hm, kam mir aber so vor Kolarov, da ist jetzt noch keiner, wo ich unbedingt sag, boah, den muss ich haben, ey David Juncker, Flanken gut, aber sonst, naja John Terry Chiellini, Manchester United Ja, da könnte man ja ein riesen Schnäppchen machen, du Nur ein bisschen Erfahrung für die Verteidigung holen, würd ich sagen So, wir haben ja 10 Millionen eingenommen Und nehmen noch weiteres Geld ein, Thiago Silva ist auch verfügbar Der ist natürlich noch besser für die Teamchemie, also damit hätten wir ja echt eine krasse Innenverteidigung dann Zwar auch eine sehr alte Mannschaft Aber ich würd das jetzt mal in Kauf nehmen Wahrscheinlich auch eine, die nicht mehr international spielen dürfte So, Piszczek Dani Alves, alter Schwede, wir könnten hier richtig abräumen Für 750.000 kann man da glaub ich nix falsch machen Schweinsteiger, aber da haben wir wirklich schon zwei sehr gute Leute auf der Position Christian Eriksen, dessen Vertrag in Liverpool ausläuft Dann finde ich den nämlich auch sehr sehr interessant für unsere Flügel Liverpool will ihn auch abgeben, damit wäre er nicht so teuer Trotzdem noch gut im Preis, Milner ist auch sehr erfahren, aber Da haben wir eigentlich genug Spieler auf der Position Mal her, den hatten wir uns doch schon mal geholt, oder? Ne, woanders, ok Wesley Snyder, aber der ist auch weit hinter seinem Balakan Robin van Persie Einen richtig geilen Stürmer könnten wir uns noch leisten, ne? Weil van Persie hat nicht mehr den krassen Torriecher Scheiro Adnanjanusai ist auch weit hinter dem, was er kann Vareshno Ibrahimović, das wär der krasse Stürmer Aber auch ein übel krasser Stürmer Ich würde sagen, damit würden wir sehr viele Old Stars holen, aber Ich sehe mich jetzt nicht geschwächt mit der Mannschaft So, er hier hat die Robustheit gestärkt, aber die ist immer noch nicht so gut, wie es sein muss So, Freunde, dann bin ich doch mal guter Dinge hier, dass das nochmal steil nach oben geht Luke Shaw kümmert sich hier drum Und Pansu Ernesto, dem Heptaner, kümmert sich mal Amaka, in der die Kretsche besser beherrscht Ja Dieter ist aber immerhin wieder fit, das ist auch richtig Wollys kann ja fit checken So, Michi hat sich nicht viel verändert, Evertchen hat ja schon Trainingsziele So, Freunde, dann machen wir das Spiel Machen wir das noch hier in dem Part Ich weiß gar nicht, wie habe ich das geplant Ich weiß gar nicht, wann habe ich den Part denn hier angefangen, kann mir jetzt einer sagen Ich glaube, es war ein Länderspielpause, ne, und deswegen wollte ich den hier im nächsten Part machen Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Ich gucke gerade mal, die Aufstellung dürfte aber so passen Sieht gut aus, ne, sieht gut aus Aufstellung passt so Von daher, danke fürs Zuschauen Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo es weiter Richtung Winterpause geht Wir arbeiten daran, ein paar Allstars Allstars zu holen, für relativ kleines Geld Plus Christian Eriksen Ich denke, das trifft es ganz gut, der Rest ist ja erfahren und alt Und, äh, ja, dann schauen wir mal, von wem wir uns vielleicht noch trennen Ich denke, Projanpalu dürfte dann gehen Sismanoglu darf gehen Klanon werde ich dann behalten Raschitska auf jeden Fall auch behalten Van Brek müssen wir mal schauen, ob wir da allein Aber, wie gesagt, eigentlich holen wir ja hier keinen zentralen Mittelfeldspieler Von daher, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge Daumen nach oben, würde mich sehr freuen Ansonsten Kommentare schreiben, wenn ihr Jugendspiele übernehmen wollt Oder euch über die Transfers beschweren oder mich loben wollt Bis zur nächsten Folge, Ciao Bis zum nächsten Mal